Die Menschen interessieren mich. Mich bewegen ihre Geschichten, ihre Anliegen, ihre Sorgen, ihre Wünsche. Das in Kombination mit der handwerklichen Präzisionsarbeit der Zahnmedizin. Das ist meine tagtägliche Herausforderung und Freude für den Beruf. Sie und Ihre Bedürfnisse, das ist unser Anliegen. Optimale, individuelle Lösungen, das ist unsere Aufgabe. Wir bieten persönliches und langfristiges Begleiten und Betreuen unser Ziel. Wir bieten moderne und prophylaktisch orientierte Zahnmedizin. Und bilden dabei mit der integrierten Kieferorthopädie sämtliche Behandlungsbereiche der Zahnmedizin ab. In heller, freundlicher und persönlicher Umgebung nehmen wir uns Zeit. Und Sie und Ihr Wünsche und Ihr Wünsche dabei stehen im Mittelpunkt. Wir setzen auf Sicherheit und Vertrauen und das auf Basis von Sorgfalt, kompetenter Planung und bewährter Zusammenarbeit. Neuste Technologien ermöglichen uns abdruckfreie, digitale Arbeitsabläufe. Optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen, innovative Sofortversorgungen und sanfte, schonende und neuartige Dentalhygiene. Mein Name ist Heleman Buckmann. Wir als Team an Buckmann heissen Sie herzlich willkommen. Wir sind gerne für Sie da.